Ah 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 um 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 Hunger, 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 Mhmmm ah Köstlich lecker schmeckt Pizza Eheh-heh-heh Pizza lecker Mhmmm Ja, geil Ah, gratsches und zwar die da. Zwei Pizzen für mich. Standard 79 Cent. 79 Cent Billigpizza aus Netto. Mit Ei und extra Käse drauf gemacht. Hier sehen wir noch eine Spinatpizza mit Ei und Paprika und Käse. Lecker, schmackhaft. Und natürlich ist es Oliki BASF Pizza. Das muss verstanden werden. Es ist eine BASF Pizza. Das ist von entscheidender Wichtigkeit. Ganz wichtig. Und sie schmeckt. Und wir werden uns die jetzt einverleiben. Oh, nochmal. Und sie schmeckt. Und wir werden uns die jetzt einverleiben. Und dazu gucken wir einen schönen Film. Fruitrama. Wir gucken Lila und die Enzyklopen. Das ist ein schöner Film, hoffe ich. Und wir freuen uns drauf. Guckt ihn auch. Teil 4. Und sagt Bescheid. Fruitrama 5,4. Wie gut ihr das findet. Fruitrama 5,4. Fruitrama 5,4. Und tschüss. Hat nicht geklappt. Action.